Einen ganzen Tag lang stand das Thema Demenz im Mittelpunkt. Es gab Stationen zum Mitmachen und viele informative Vorträge. Schon zum ersten Vortrag am Morgen kamen zwei Dutzend Besucher. Dr. Michael Nowak, Chefarzt der Geriatrie, ging auf Grundsätzliches ein. Seine Zuhörer erfuhren unter anderem, dass bei jedem vierten Menschen über 85 Jahre eine Demenz vorliegt. Drei Viertel der Demenzkranken werden von Angehörigen versorgt. Nach den Worten von Michael Nowak ist eine Demenz nicht heilbar. Es sei lediglich möglich, das Voranschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Eine Besserung tritt allenfalls zeitlich begrenzt ein. Die Förderung der Selbstständigkeit und der Alltagsfähigkeiten ist das A und O in der geriatrischen Pflege. Einen Vortrag zu diesem Thema hielt Silvia Schnitzer, die in der Geriatrie als Stationsleitung arbeitet. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass gerade die aktivierende Pflege bei den Angehörigen nicht immer auf Verständnis stößt. Aus ihrer Sicht ist es aber besonders wichtig, die Patienten auch zu fordern, sie möglichst viel selbst machen zu lassen.